Die nächste Woche 6 Aufgabe lautet Besuche Monolithen. Insgesamt müsst ihr drei Monolithen besuchen. Sobald ihr alle drei Monolithen besucht habt, habt ihr die Aufgabe erledigt. Also den ersten Monolithen findet ihr hier in der Nähe von Kenjutsu Crossing. Den zweiten Monolithen findet ihr hier in der Nähe von Brutal Bastion, genau da wo es zur Eishöhle hingeht. Und den dritten Monolithen findet ihr genau vor der Citadel, genau in der Nähe der Brücke, die zu der Citadel führt. Landet einfach dort und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.